Willkommen zu einem neuen Video zu von Uhrzeit Crafter. Es hat sich leider etwas getan, denn unsere Königin ist leider gestorben. Es war so viel Feuchtigkeit im neuen Nest, dass es mit der Zeit zum Schimmeln begann. Kurze Zeit danach tat ich alle Ameisen in die Sandfarm. Am nächsten Tag hatte ich die Königin totgeschlafen. Und ja, das war jetzt das letzte Video zum Thema Ameisen. Tut mir leid, das ist das letzte Video mit diesem Thema. Das Thema hat mir sehr gut gefallen. Was Leute? Nein, das war nicht das letzte Video. Das war nur das letzte Video zu dem Messer Barber Wurst und zu diesem Ameisen. Hernte Ameisen. Doch, wo kommt meine neue Ameisen? Die neue Ameisen. Das ist sie, meine neue Ameisen. Und ja, wie ihr seht, ihr hört etwas wie E-Gehl. Das war erst gleich. Aber, wo wir uns im Video haben, das habe ich alles selbst gemacht. Ich war so, dass wir uns an die E-Gehl. Wir haben uns gebraucht. Und jetzt zeige ich euch das Video. Im nächsten Video. Ich werde eine neue Verlegung machen. Also bis zum nächsten Video bis dahin. Ciao.